Welches Rezept ist dein Favorit? Kommentiere es unter dem Video, wir sind gespannt auf deine Meinung. Du bist auch ein leidenschaftlicher Koch oder Köchin? Dann mach mit bei unserer Rotkraut-Rezepte-Show. Teile dein Lieblingsrezept mit uns und sei ein Teil unserer großen Koch-Community. Sei auch du dabei. Teile dein Rezept und zeige dein Können auf TopfGuckerTV. Nutze die Vorteile als Kanalmitglied und erweitere deine Reichweite. Jetzt mehr erfahren.